Nachdem die vierte Staffel der Science-Fiction-Horror-Serie Stranger Things mehrere Monate lang den Streaming-Rekord auf Netflix hielt, wird sie nun von Wednesday überholt. Mit 341,2 Millionen Sehstunden hält die Horror-Komödie nun den Rekord für die meisten Zuschauer und Sehstunden einer englischsprachigen Netflix-Serie innerhalb einer Woche. Zudem ist sie in 83 Ländern auf Platz 1, teilt Netflix auf Twitter mit. Und das nur eine Woche nach der Ausstrahlung am 23. November. Zum Vergleich, Stranger Things hielt zuvor den Rekord mit 335,01 Millionen gestritten Stunden in einer Woche vom 30. Mai bis zum 5. Juni, also 6,19 Millionen Sehstunden weniger. Die derzeit beliebteste englischsprachige Netflix-Serie ist ein Spin-off der exzentrischen Addams Family mit der 20-jährigen Jenna Ortega als Wednesday Addams in der Hauptrolle. Als Schülerin der kuriosen Nevermore Academy steht Wednesday vor allerlei Herausforderungen. Ihre übersinnliche Begabung stellt dabei zumindest anfangs eine Hürde dar. Sie muss ein altes übernatürliches Geheimnis ihrer Eltern aufdecken und neben Hausaufgaben und missgünstigen Mitschülern auch noch eine Mordserie lösen. Derzeit sind acht Episoden mit einer FSK-Freigabe ab 12 Jahren verfügbar. Offiziell ist eine zweite Staffel noch nicht bestätigt worden.